Mein Name ist Katharina Lienhardt und ich bin von der UBS Fondsmanagement Company Switzerland. Ich habe heute Ehre gehabt, als Panelist, Panel-Teilnehmer, neben renommierten Rechtsanwälten, die neue regulatorische Thematik Fidlek Finik zu besprechen. Ein Thema, das jetzt in großen Schritten auf den Schweizer Finanzmarkt zukommt. Und es ist wie immer ein großartiger Anlass gewesen, nicht nur im Panel selber, sondern auch nachher im Austausch beim Apero mit den Finanzspezialisten, die Risiken und auch Chancen, die sich eventuell aus dieser Regulierung ergeben, besprechen zu können.